Hallihallo, ich bin es wieder, euer Knosti mir. Ich habe leider keine Zeit ein Video zu machen, deswegen habe ich auf Facebook so ein kleines Silvester-Video hochgeladen. Wenn ihr wollt, schaut auch vorbei, wenn nicht, dann einfach frohes neues Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich sage tschaußen, bis zum nächsten Mal, der Link ist auch in der Beschreibung. Euer Knosti.